Herzlich Willkommen zu unserer Folge auf der Artikel-Küri. Wir bringen gerade die Ausfahrt aus. Weizen. Vollgas. Und wir werden uns bald überlegen. So wie Ende beginnt. Aktuell. Aber nacharbeiten ist noch nichts. Aktuell mal schauen, dass wir es zu können. Abfahrten muss mehr gefahren. Wir kommen dafür. 11,54. Und dann sehen wir weiter. Der war ein lauter lauscht. Der Traktor ist ein bisschen laut. So. Einen Versuch haben wir jetzt noch. Der andere hat nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob die Pause gehen muss. Ich hoffe doch. Sehr gut. Mal lernen hier aus. Wie ist die Aufnahme. So. Normalerweise müsste es hier aufwächtig sein. 60. Passt nicht. Der macht es nicht. Ist halt so, ne. Aber läuft ganz flüssig. Das ist ganz gut. So. Beginnen wir gleich mit dem Kurs. Komm mal gleich mal auf. Vollgas. Wieder Bäume rein? Oh, ich sehe immer nichts. Innenansicht. Schön rechts fahren. So. Und die Kante wollten wir eigentlich vermeiden. Deswegen bin ich mir ganz rechts gefahren. Deswegen bin ich mir ganz rechts gefahren. So. Weiter geht's. Die gestrige Folge war ja sehr lang. Zeit übersehen. So. So. Das ist eh nur unser Misti schon wieder. So. Das ist eh nur unser Misti schon wieder. Also. in der kurve. ganz eng schnell fahren trotzdem schon rechts fahren die anhänger sind dafür besser geeignet wendiger das können wir Vollgas geben ich glaube auf dem Jahreszeitenbot hier alles in weiß Bäume kahl so ich komme Platz da die Ballen einsammeln da habe ich ja auch noch hier fahren wir gleich nebenplatten weg ich werde so schläfrig ist auch nicht so weit Zeit so wieder vorwärts jetzt werden wir hier oben drehen hier ich kann zu wenigstens parken Die Lagerbahn zum Beispiel. So, nach Außenansicht. Ist nicht gleich leer. Wut? Achso, das ist Herr Krasmeer. Wurde. 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 kann doch nicht sein dass die haushalt fertig ist und zum nächsten und zurück jetzt haben wir den platten weg können jetzt So. It looks like me egg for cosplay. Let's get it with a depunkter here. was soll rechts fahren und zwei fahren würde das probleme geben schildes und glück kreiderkollision jetzt durch strom und heftig näher im strom fahren müssen und überladewalken entsprechende menge der ist gleich 2 hier kreuzigt unsere näher Denkfehler. Außenansicht. Ja, das ist auch nicht anders. Die Kreuzen würde ich vermeiden. Bäume vorbei. So. Speichern. So. Speichern. So, erledigt. Dünge. Neue Weizen. Können Sie mal mit nachholen. Das ist der Lkw. Und unseren Grasvorzieher. Entlassen. Tjo. So. Der kann bald repariert werden. So. 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 Ja, später werden die engere... ...und dann nicht mehr. Vielen Dank. 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 Dann fahren wir nach vorne. Dazu noch mal. Dann kann ich ihn zusammen. Dann kann ich ranfahren. Dann eingreifen. Jetzt. Aussteigen. Aussteigen. So. Das war gut. Gut. Alles richtig. Alles richtig. Okay. 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 Jetzt gehen wir auf. Okay. 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 So. 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 Okay. 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 So. 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 Can. gleich mit die mittel mit hier Sack Biste Ketten A, B, Z, abladen, na ja, voll mal weg, so, V, B, X, R, B, X, Oh, Das bisschen macht nix, das bringt mir nur ein Problem. Ja, im großen Wenderadius, na ja, das fällt mir zum Kleinführer, die Maschine. So, den fahren wir mal zurück. So, ich bin froh, der mich überzogen, das soll's für heute gewesen sein, für heutige Folge, ich würde mir mal ein Like freuen, oder ein Abo, sag mal Danke, dann sag ich Tschau, Mieke Mieke, bis denn, Tschaui.